Meine Güte. Feuer ausmachen hier. Da schon mal ne Bombe hin. Keiner. Da vielleicht. Aber da vielleicht. Ah, Tatsache. Und was kriegen wir... Uah, zwei Trollbomben. Schööööner Raum, sehr netter Raum, danke. Kannst du dir das nächste Mal sparen. Ach, du hast es nicht. Aber da kriegen wir ein Herz. Wow. Ach, jetzt hat das Ding uns doch getroffen. Verdammt. So, geht drauf. Meine Güte. Entschuldigt, bitte. Ach, wir sind ja voll. Wir haben uns ja geheilt. Gucken wir mal noch oben zum... Ups. Böse. Au. Ich lasse mich hier heute von Fliegen treffen. Das gibt es ja ja nicht. Jetzt bin ich natürlich wieder nicht ganz voll. Dann hole ich mir schnell ein Herz und gucke ich da oben rein. Da, da, da. So. Bin ja sehr begeistert, ich heute von der Raumwahl. Nö. Äh, nein. So. Dann gehen, lass uns mal zum Boss gehen. Schöne Scheiße. Ach, das ist auch noch ein Isaac-Face. Mist. Er ist nicht erwischt. Uuuh. Bam. Kommen wir zu beinen. Sehr schön. Uuuh. Ach, du hast es nicht. Nein, nicht da hoch. Uuh. Uuh, da war ja eine. Oh Mann. Zu weit hochgelaufen. Verdammt. Jetzt. Sehr schön. Was haben wir da? Ach, du hast es nicht. Bomben und eine halbe Scherz. Gehen wir aber einfach rüber. Schönen wir da keine Bombe für. Hit. So. So. Dann werden wir wieder voll. Ach, du Scheiße. Was ist denn für ein schöner Raum? Alle da und unten. Eternal Heart Session. Sehr, sehr schön. Uuh. Gott, wie ist der denn gerade weit gesprungen? Ne, das ist ja abartig. Au. Sterben. So, dann sammeln wir mal noch Herzen ein. Und dann gehen wir zum Boss. Das Eternal Heart heben wir uns natürlich auf. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht mitnehmen. Das wäre ja auch Schwachsinn. So, und da unten ist auch noch eins. Ja, auch nur ein halbes, aber das reicht eigentlich, sollte eigentlich reichen. Hoffe ich mal. So, ja, The Fool benutze ich nicht. Das bringt uns, glaube ich, nur in den Startraum zurück. Also ist das relativ egal. So, wie gesagt, da heben wir uns auf. Darf ich noch nicht vergessen. Habe ich ja beim letzten Mal aber auch nicht. Und es ist Loki. Loki. Au, wieso hat die mich denn getroffen? Ah. Au. Oh. Oh, gut, Glück gehabt. Ranger. Oh, ja, das habe ich gerade mal eine Sekunde lang ein bisschen gepennt, ja. Dann gehen wir fast down. Zack. Naja, mal gucken. So, aber jetzt dürfen wir die Geheimräume wieder mitnehmen. Jetzt haben wir nämlich zwei zurückgelassen. Das ist sowieso der letzte, der jetzt kommt. Äh, sehr schön. Genau, heil dich mal. Was haben wir denn das Vampir-Item? Mein Gott. Muschis. Muschis. Uäh. Ach, sind ja gar keine Muschis. Sind ja nur diese... Gucken. Hm, gar nicht. Gut. Au, au, au. Oh, Gott. Lock up. So, cool. Nehmen wir zwar mit, aber ist eigentlich auch egal. Envy. Sollte mit dem Quatsch hat eigentlich gar nicht so... Uäh, ui, das war knapp. Das Problem sein. So, jetzt mal die kleinen wegmachen. So, genau. Heil dich an dem Vieh. Das ist gut. Heil dich. Was sagt, du sollst dich heilen? Ach, eine Toll-Bombe. Eine normale Bombe. Schööööne Schande. Geheimraum? Kein Geheimraum. Hm. Ach, du Scheiße. Bam, genau. Mach's tot. So, da. The Magic and Death nehmen wir mit. Gates-Beutel. Wollte ich jetzt gar nicht. Fliegt, glaube ich, hinter uns her und spuckt ab und zu mal Money aus. Genau. Nehmen wir mit. Auch wenn wir ihn ja eigentlich gar nicht brauchen. Wo haben wir denn das? Wo haben wir den Bruder? Wo haben wir den? Hä? Achso. Der hatte sich gerade verwandelt. Okay. Ich wunderte mich gerade. Oh, da ist ein Zockraum. Das kann dauern. So, da war keiner. Guck mal da. Auch keiner. Ach, ja. Ach, du Kacke. Da hin. Ach, Mann. Ich dezimiere euch erst einmal. So, und jetzt stelle ich mich hin. Spuck. Spuck. Und spuck du. Nein. Ach, leck mich doch. Oh, ein Soulheart. Zimmer down. Schnell rein in den Arcade-Room. Und da liegt ein Soulheart. Da spielen. Da spielen. Oh, der hat sich gleich erst einmal gesprengt. Schöne Scheiße. Okay. Dann spielen wir halt nur noch beim Bettler weiter. Na ja. Herzen. Herzen sind cool. Gib mir Herzen. Ha. So, jetzt sind wir wieder voll. Jetzt können wir Herzen sammeln für das Teil da rechts. Gut. Gut für den Shop. Brauchen wir noch ein bisschen was. So, da können wir erst einmal zwei Herzen opfern. So. Jetzt sind wir wieder voll. Gehen da ran spielen. Schlüssel nehmen wir auch mit. Wenn wir ihn denn kriegen, kriegen wir nicht. Schade. Schlüssel. Pflege. Geld. Pflege. Oh, das Flylove-Item. Hoffentlich kriege ich das noch nicht. Wir werden noch weiterspielen. Gut. Vor allem bringt's mir ja eh nix mehr, das Flylove-Item. Schlüssel. Das ist ja tierisch abgesch... Wäre ja tierisch doof jetzt, wenn wir das jetzt kriegen würden. Schlüssel. Ich will Herzen. Ich will da hinten die Blutbank rauskriegen. Hoffentlich. Herzen. Herzen. Mom's Pill-Bottle. Heropate in the Basement. Sehr schön. So. Mehr dürfen wir jetzt erstmal nicht spinnen. Schlüssel. Fliege. Schlüssel. Schlüssel. Noch mehr Schlüssel. Wie viele Schlüssel sollen wir denn nehmen? Mein Gott. Ich meine, ich würde gerne noch ein paar Bomben nehmen. Das wäre cool, oder? Nee, ich will nicht schon wieder Schlüssel. Ah, schön. Und, äh, was bräuchten wir noch? Äh, Herzen. Ja, ganz viele. Gib mir Herzen. Nein, nicht das Item. Ähm. Nein! Ach, Mann. Das Kacki-Häufchen gekriegt. Lassen wir erstmal noch stehen. Vielleicht können wir ja nochmal... Wer weiß. Äh... Jetzt wollen wir eine Bombe hin. Das ist aber auch kein Geheimraum. Uh, ups. Wo ist denn hier der... Ach, vielleicht da oben beim... Nee, das glaube ich nicht, oder? Das Wasser auch nicht. Äh, da setze ich lieber... Uuuh! Keine Bombe. Du blödes Teil. Er hat sich hier erledigt. Hm. Da vielleicht einer? Oh. Au. Wo ist das Ding? Äh, durch. Schab. Ich schieße einfach drauf. Ich habe jetzt keine Lust, da eine Bombe reinzustecken. Ups. Ach. Voll daneben auch noch. Weißt du, dann entschließt man sich doch mal eine Bombe zu nehmen dafür und dann rennt er da voll dran vorbei. Au. Was mache ich denn? Verdammt. Los, heil dich. Ach. Ja, dann eben nicht. Ja, gib dann halt Geld hier ein bisschen. So. Und da noch mal gucken. Oh, Geheimraum. Sehr schön. Ach, ein bisschen Geld. Ich bombe mich hier jetzt aber nicht durch. Ich hebe mir die andere Bombe auf, um den anderen Geheimraum zu suchen. Oh, du Scheiße. Und eine Tears-Up-Pille. Und eine Tears-Up-Pille. Magikin wieder mitnehmen. Nee, schade. Oh, ein Automat. Das ist meiner. Oh, eine Pretty Fly. Geld. Ich mach das mal auf, damit mir das nicht auf den Sack geht. Da ist noch ein halbes Herz. Sehr schön. Noch ein halbes Herz. Da ist es wieder voll. Oh, eine böse Fliege. Na, ist nix. Mit einem Herz. Dann können wir doch noch mal opfern gehen. Von der Hoffnung, dass wir da dann doch noch mal was Schönes kriegen. Noch ein halbes Herz. Nein. Komm schon. Na, komm. Gib mir was. Keine Fliege. Oh, nur. Least tief geschossen. Hat das Vieh umgebracht. Komm schon. Bombe. Das ist gut. So. Auch nicht. Pille. Irgendwas. Herzen. Ganz viele Herzen wären cool. Geld. So, noch mehr Geld. Ich geh aber erstmal in den Shop. Die Treasure Map. Ja, nehm mal mit. So, jetzt können wir noch ein bisschen spielen. Noch mehr Geld. Bombe. Ein halbes Herz. Jetzt haben wir hier zwei Herzen liegen, die wir schon mal wieder opfern können. Oben da beim Blutspenden. Ein bisschen Geld. Und noch ne Pretty Fly. Und ne böse Fliege. Geld. Ach, komm schon. Na, komm. Gib mir was. Ach, was nützliches. Herzenpillen. Irgendwie sowas. Aber nein. Mensch, ich hab da schon so viel Lack ab. Gibt's ja gar nicht. Ich spiel jetzt noch bis 15. Und dann geh ich erstmal Blutspenden. Eine Pille. Oh, eine Fragezeichenpille. Pretty Fly Pille. Na schön. Ach, na gut. Dann hab ich jetzt nochmal gespielt. Ist ja auch egal. Und eine Bombe. Die holen wir uns dann nachher. Gehen wir erstmal nochmal Leben opfern. Opfer. Dann haben wir zwei Herzen. Au. Na gut. Das halbe nehmen wir gleich mal mit. Huch. So. Nett. So. Zwei Herzen können wir opfern. Na komm, jetzt explodier doch bitte. Ach. Gibt's doch nicht. Böser Raum. Ich mag den nicht. So. Ach, wir müssen ja hier jetzt auch mal wieder durch. So. Haben wir gut geschafft, da durchzukommen. So. Dann haben wir uns jetzt noch die beiden Herzen, die hier noch liegen. Da. Da. Dann gehen wir von der anderen Seite ran. Da. Und das. Da nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's weiter oben lang. Fünf Herzen nur für Mann. Das ist natürlich ganz schön... Au. Wenig. Gib mir was Gutes. Eine Pille. Ui, das war knapp. Oh, da nicht Geld. Uiuiui. War das gerade eben... Ja, hauptisch knapp. Nö. Mich geht's zu gut, wa? Oh, der trifft mich ja gar nicht. Kein Secret, Secret Room. Kein Secret, Secret Room. Alter! Au. Wollen wir nicht da jetzt gegenlaufen? Bombt nur hierhin. Ah, gut. Mich solltet ihr eigentlich nicht totbomben, aber na gut. Verdammt. Bitte Lovers, bitte Lovers. Chariot. Nee, ich bleib lieber bei Magican. Ich hab nur noch zwei Herzen, das geht ja gar nicht. Shit. Herz. Herz. Herz drunter. Herz! Herzen. Ich geb auch gerne alles Geld dafür aus. Brauche ich ja eh nicht mehr. Außer es kommen oben nochmal Spielräume oder ein Bettler. Bettler hatte ich gar nicht. Fällt mir grad auf. Ich hab in diesem Run jetzt hier keinen einzigen Bettler gehabt. Los. Böser Automat. Geld ist ja gut und schön, aber eigentlich... Cheers up. Hätte ich gerne Herzen. Herz. Sehr schön. Und noch mehr davon, bitte. Pille. No, cheers up, Pille. So. Eine böse Fliege. Und noch eine Pille. Eine Lackapille. Sehr schön. Oh, jetzt aber. Jetzt müssen wir aber jedes Mal gewinnen da. Nö, oder auch nicht. Oder auch gar nicht mehr. Zu viel Lack. Kein Secret Room. Kein Secret Room. Ach, dann weiß ich auch nicht, wo es ist. Komm schon, ich will wenigstens noch voll werden hier mit Herzen. Ach. Komm schon. Herzen. Und eins noch. Komm, ein halbes. Ein halbes. Das muss wir doch wohl noch drin haben, oder? Ja, geht. Zwei Spiele haben wir noch. Und da ist noch ein ganzes Herzen. Sehr schön. Und noch ein Schlüssel. Ach, da war er nochmal. Oh, noch eine Pille kriegen wir. Eine Ranger-Pille. Ich darf wieder eine Magican mitnehmen. Sehr schön. Und dann auf zum Mom. Das muss ich nicht mal ein bisschen Concentration. Ui, das war knapp. Ja, komm. Huch, da war ja ein Monster. Hab ich hier gar nicht gesehen. Ach, das ist aber doof. Au. Boah, zu viele Sachen, die hier durch die Gegend fliegen werden. Das geht ja gar nicht. Ich sollte aufpassen, wenn ich nicht so dicht an den Toren vorbeiläufe. Aber sie ist down. You've unlocked Samson. Sehr schön. Wir haben Samson freigeschaltet. Supi. Range up. Das Herz mitnehmen und ab geht's. Das ist doch cool. Haben wir gleich noch Samson. Sehr schön.